Kürzlich hat der DAX hier ein relativ seltenes technisches Muster gebaut, nämlich ein bullisches Island Reversal, also auf Deutsch eine Inselumkehr. Wir fassen das nochmal kurz zusammen, was das bedeutet. Also letzte Woche Montag gab es einen starken Abverkauf, der begonnen wurde mit einem Down Gap. Und dann verweilte der DAX ein paar Tage unten auf diesem Niveau und schoss dann wieder per Up Gap über dieses Level drüber, sodass die Kerzen unten, diese drei, hier echt abgetrennt sind von dem, was sich davor und danach abgespielt hat. Wir haben uns dann angesehen, wie die Statistik für dieses Muster ist. Und tatsächlich ist das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis ein bullisches Muster gewesen. Das hier ist die Kapitalkurve. Wenn man nur in den Handelstagen nach diesem Muster im DAX investiert gewesen wäre, das ist durchweg bullisch. Und im Nachgang ist eine besondere Frage noch aufgetaucht, nämlich was ist denn, wenn der DAX in den nächsten Handelstagen diese Kurslücke nicht offen lassen kann, sondern wenn sie geschlossen wird, wenn also der DAX in diesem Fall hier mal Intraday in diese Zone reintaucht und dieses Gap schließt. Wird damit der bullische Charakter dieser ganzen Formation sozusagen konterkariert? Oder ist das überhaupt nicht schlimm? Genau das ist das Thema von heute und ich habe Ihnen dazu mal wieder eine entsprechende Statistik mitgebracht. Es wird genau nach diesen beiden Fällen unterschieden. A, wo der DAX in dem Fall in den nächsten maximal fünf Handelstagen das Gap schließt. Und solchen, wo das Ganze nicht passiert, also wo der DAX ohne das Gap zu schließen im oberen Bereich verweilt. Und wenn wir uns erst mal das Ganze von den Anzahlen her angucken, dann ist es viel häufiger der Fall, dass der DAX tatsächlich in den nächsten Tagen das Gap schließt. 78 Fälle waren so, dass er irgendwann mal darunter getaucht ist. Nur neun, zehn Mal hat er es geschafft, dieses Gap sozusagen offen zu halten. Und von der Performance her ist es sogar positiv, wenn dieses Gap zwischendurch geschlossen wurde. Wir sind sozusagen dann auf einem etwas niedrigeren Niveau. Aber der bullische Charakter dieses Island-Reversal-Gaps bleibt bestehen. Wir haben es hier mit einer Renditeerwartung von ungefähr einem Prozent innerhalb von einer Woche zu tun. Das ist wirklich gut. Trefferquote in der Spitze von 66 Prozent ist auch super. Und Profitfaktor von rund zweieinhalb bedeutet also, man hat bisher, wenn man dieses Muster gehandelt hat, ungefähr zweieinhalb Mal mehr gewonnen als verloren. Und anders sieht das Ganze aus, wenn wir kein Gap-Clause haben. In dem Fall ist es nämlich typischerweise so, dass der DAX sich relativ schnell auspowert nach oben und dann wieder absinkt. Die Ergebnisse hier sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil 19 Fälle ist nicht besonders viel. Dann ist es aber so, dass wir hier eine Renditeerwartung in der nächsten Woche von minus einem Prozent haben. Also genau das Gegenteil von dem, was wir mit Gap-Clause gesehen haben. Und vor allem Profitfaktor im Bereich von 0,25. Heißt also, man verliert viermal so viel, als man gewonnen hätte. Man kann jetzt sogar noch etwas tiefer in dieses Thema eintauchen und sich mal fragen, hm, gut, wir haben jetzt das Gap-Clause, das sehen wir auch beim DAX. Heißt also, es ist bullish. Also für die nächsten Handelstage bis in den August hinein sagt dieses Muster, man darf durchaus long im DAX investiert bleiben. Aber macht es hier jetzt einen Unterschied, wir springen nochmal zurück zu den Kerzen, ob dieses Gap-Inter-Day geschlossen wurde. Also hier sehen Sie die Kerze. Wir sind einmal darunter getaucht und sofort wieder nach oben gegangen. Oder ist es relevant, ob dieses Gap auch per Schlusskurs geschlossen wurde. Und das zeigt die zweite und letzte Statistik für heute. Nämlich genau diese Unterscheidung, wurde das Gap nur Inter-Day geschlossen, blieb aber per End-of-Day offen oder wurde es auch per Tagesschluss geschlossen. Und da sieht man, dass es viel häufiger der Fall ist, dass wir sozusagen auch einen Schlusskurs unterhalb dieser Kurslücke haben. Und in deutlich seltenerer Anzahl der Fälle wird das nur Intraday sozusagen abgearbeitet. Und allein, dass es hier nur elf Fälle gibt, heißt also, dass die Ergebnisse hier mit ganz großer Vorsicht genossen werden sollten. Und wenn wir es dann aber mal angucken, dann ist das Bild richtig bullish, wenn der DAX zwischendurch auch nochmal nach unten abtaucht. Hier haben wir jetzt Profitfaktoren von über drei. Das ist eigentlich das, was ich annehmen würde, was man schon braucht, damit man auch wirklich danach investiert. Und es bleibt auch in der Tendenz bullish, wenn das nur Inter-Day mäßig der Fall ist. Hier ist aber so, dass jetzt sozusagen ein, zwei Ausreise nach oben oder unten gereicht hätten, um hier entweder auf ein ähnliches Ergebnis zu kommen wie mit End-of-Day-Close. Das heißt also, der Unterschied ist nicht signifikant, bedeutet also, so richtig viel darüber lässt sich nicht sagen. Es bleibt also übergeordnet dabei, dass wir ein bullisches Muster haben, was nach wie vor gültig ist. Und entsprechend laut nur diesem einen kleinen Indikator haben wir bullische Vorzeichen für den DAX bis in den August.